Jo moin, im heutigen Video geht es wieder um GästeRank. Wir haben es diesmal über eine Website gemacht. Falls euch das Video gefällt, gerne ein Abo und ein Like da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß im Video. Chef, ihr müsst mitraten, okay? Wir machen das gemeinsam, weil wir sind eins. Ihr seid ich und ich seid ihr. Okay, er hat den ersten nicht bekommen. Also Maximum 4k, was er machen kann. Erste Runde Piss Around. Er hat einen Platin-Gun, Buddy. Twitch-Stat, ihr seid Detektive, wirklich. Ihr merkt direkt. Ihr seid smart. Oh, was, er gibt ihm da einen Hedge im Laufen? Crosshair Placement ist aber fein von ihm, würde ich sagen. Also ist schon gut für Platin. Die Frage ist jetzt, ist er vielleicht sogar mittlerweile Diamond? Weil es könnte ja auch ein alter Gumball-Design sein. Das ist ja Episode 5, wir sind jetzt Episode 7. Er könnte auch Diamond sein. Sein Crosshair Placement ist fein. Chat sagt, Dia auf einmal. Da habe ich einen guten Heimat gebracht. Wollen wir einfach Dia versuchen? Wir versuchen mal Dia. Chat hat gesagt, wir sollen machen. Was soll ich jetzt sagen? Er hat einen Platin-Buddy und ist Gold. Eine Episode später. Wir wurden einfach genascht. Wir machen einfach so. Auch gut. Hä? Okay, Warte, zeig nochmal. Das war clean geaimt. Schönes Crosshair Placement. Schöner Schuss. Schönes Aiming. Boah, das war greedy. Das ist ein bisschen früh gesprungen. Ich glaube, das war bisher der beste Clip, den wir hatten. Ich sage einfach mal Immortal. Ascendant. Chat hat Ascendant und Emo gesagt. Ich habe auf Emo gemacht. Ich habe ein bisschen höher gemacht. Den Clip fand ich aber besser. Wir haben ein Jet auf Icebox. Schöner Schuss. Boah, er hat einen Diamond Gun, Buddy. Er ist TikTok-Jet. Er ist die ganze Zeit am Bunnyhoppen. Bap, bap, links, rechts. Schön. Ja, der wird einfach für Clip gespielt. Guck mal, auch 1v5. Ah, okay, das ist Overtime. Nevermind. Er wird einfach die Ulti gezogen. Boah, aber dann nochmal. Am Ende nochmal schön abgesetzt. 29, 23 steht der. Ich würde sagen, der ist Ascendant oder Immortal. Aber auch irgendwie nicht Immortal. Ja, lass mal mit Ascendant gehen. Das war Emo krass. Okay, er hat einen High-Ping. Wenn er gleich ins Leaderboard geht, er hat einen High-Ping. 100% achtet mal, als er auf den Breach oder Brim schießt. Bruder, wo ist sein Crosshair und wo ist sein Schuss? Also er hat mehr auf die Waffe geschossen, wie er geflogen ist, als auf den Kopf. Okay. Ich glaube, ich bin bei Gold. Zeig Leaderboard. Oh, warte. Detektiv Harmy. Jetzt wird geluschert. Boah, wie schnell das weg ist. Wow. 33er Ping. Warum fällt der Gegner so spät um? Gold, Gold, maximal Platin. Maximal Platin, Platin. Viele sagen Platin. Ja, okay, ihr sagt Platin. Gut gemacht, Chat. Auf euch ist manchmal Verlass. Manchmal aber auch nicht. Wow. Das ist ein schöner Anblick als Raceman. Wow. Wenn ich diese Ulti geschossen hätte, wäre im besten Fall der Brimstone und die Rainer gestorben und der Rest hätte überlebt. Bruder, der Chaos, die Statur. Bruder, ich muss los. Bruder, bitte. Der Chamber hat noch einen fürs Team. Verstehe, wie ich meine? Aber der Bruder muss los. Platin, Diamonds, Gold, Platin, Gold, Gold, Silber, Gold. Viele sagen Gold. Wollen wir Gold machen? We make Gold. Viele sagen Silber, viele sagen Gold, viele sagen Platin. Dann machen wir die Mitte davon. Das war Silber. Die meisten haben tatsächlich sogar Gold geschätzt. Also wir sind Average, Guys. Das war so kacke, aber gleich sieht auch gut aus. Versteht ihr, was ich meine? Die waren stark und die waren scheiße. Alle sagen Silber gerade. Wirklich, jeder sagt Silber. Chats sagen alle Silber. Einer sagt Platin. Ich würde Gold sagen. Solide Qualität zumindest. Okay, der sieht auf jeden Fall ein bisschen verlorener aus als Ebel. Auch 7-3 für ihn. Es ist ein 1 gegen 5 und die Gegner haben nichts. Wow. Das muss Silber sein. Wo hat die Neon hingeguckt? Die hat auf den Boden geguckt. Hä? Die raffeln gar nicht, was die Ult hier ist, glaube ich. Wo rennen die denn hin, die Gegner? Hä? Was ist das? Nein, das ist unrated, oder? Ja, genau dieses Thumbnail. Ich sage Bronze, Chats sagt Bronze. Das war sogar Iron. Also hätte man auch wirklich mit Iron gehen können. Bruder, er sitzt im Windkanal. Oh, mein Baby. Er spielt einfach mit Unfair oder so. Schön geaimt. Aber Bruder, bitte spiel nicht aus dem Windkanal. Er spielt... Schön, dass er aus dem Windkanal, Flugzeug, Ventilator, was auch immer spielt. Ich glaube, ich würde auf Ascendant gehen. Dann könnte es Diamond und Immortal sein. Es könnte natürlich auch Radiant sein. Theoretisch. Also es war schon gut geaimt. Nice, Ascendant. Wir machen das gut. Wir machen das gut, Chatt. Okay. Wir haben nochmal einen Chamber auf Icebox. Dann zeig mal her. Hört der Radi im Hintergrund? Einmal ganz kurz auf laut. Alle mal Headset leiser machen. Könnte Platin sein. Könnte Diamond sein. Könnte Gold sein. Chatt sagt viel Platin. Super, Chatt. Oh, rein, 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 rein. Ich liebe das, wenn man satchelt und dann gegen einen Teammate satchelt. Das ist voll geil. Ah. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, den hatten wir schon. Aber EU ist ja irgendwie auf Spanisch oder so. Heißt ja, äh, me. Ui. Ui. Er hat 29 Kills, Chatt. Er macht jetzt seinen 30. mit der Ulti, sage ich. Hä? Bro, du kannst überall hin TP'n. Wirklich. TP dahin, wo du möchtest. Es ist alles gut. Aber doch nicht Open Field in the Race. Wo willst denn du hin? Ganze Chattack Silber. Jeder einzelne. Ich glaube, wir haben ein Problem, Leute. Das ist nicht Silber. Ich kann mich nur nochmal wiederholen. Es tut mir leid, wenn ihr solche Teammates bekommt. Mit den Omen gerade. Ich habe sie auch, aber ihr habt sie auch. Omen auf Pearl. Das ist schon wieder viel besser geämt. Neu angesetzt. Teammate, der ein Mikrofon hat, das sich nicht anhört wie ein Windkanal. Ganzer Chat sagt Diamond gerade. Könnte Diamond sein. Aber warum auch mal die Rayna da nicht einfach für Backside plantet, wenn sie weiß, wer ist Main? Einverstanden, wenn ich auf Platin gehe. Weil es könnte auch Richtung Gold sein. Gold, Platin, Diamond oder Platin, Diamond Ascendant. Nice. Er war Gold Chat. An alle, die Diamond geschrieben haben, dass wir trotzdem Diamond nehmen sollen. Auch mal ein bisschen an euren Skills arbeiten. Er heißt Fagrim und spielt Sage. Das war zum Beispiel jetzt nicht so smart. Warum möchte er Full Sprint aus dem Knife rauskommen? Ist doch egal, ob er geneift wird oder nicht. Boah, alles aber auch ein bisschen verloren gewesen. Ich würde jetzt einfach mal auf Platin tendieren, dass wir so in dieser Range sind zwischen Gold, Platin, Diamond. Viele sagen Gold und Silber. Dann das Gold nehmen. Bis zum nächsten Mal.